Und zusammen gehen wir am 9. 9. bis 10. 9. 2016 in Watzmann. Was sind deine Erwartungen, Harry? Ja, es wird sicher extrem geile Tour, anspruchsvoll. Und ich erwarte noch einiges, alleine von der Landschaft schon. Das Wetter wird perfekt. Wird sicher geil. Ich glaube, das wird die Herausforderung meines Lebens. Ich habe mir schon einiges jetzt angeschaut. Ich habe mich auch wirklich gut darauf vorbereitet. Und ich hoffe, dass uns der Berg wieder zurückgibt. Na wohl, ich finde ja. Das werden wir schon sagen. Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und freut uns die Daumen. Ich glaube, es wird das Gleiche. Wir freuen uns, dass wir mit dabei sind. Die Dasauschulein. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Und dann, wir verstehen die Frage. Und dann, wir tun das. Und dann, wir sehen uns das. Und dann, wir sehen uns das. Wir haben den Gipfel im Hocheck erreicht und wir gehen jetzt weiter über die Überschreitung. Die Stadt der Tour. Ich glaube nur, dass es geht weiter. Ich glaube nicht, dass du vorgehst. Ganz egal. Das sollte interessant sein. Wenn ich heute nicht so gut bin, bin ich heute nicht so gut helfen. Dass es wirklich war. Wir kommen auf die Zeit. Ich glaube nicht, dass ich den Gipfel kürbe und den Gipfel geben. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja. So, jetzt, wo du sagst, 10 Minuten sind wir gegangen. Ah, das haben wir aber. Ah, so. Ich gehe eigentlich links dauf. Ja, die Mabel. Ja. Besser. Ich muss den Hinweg sehr gut schicken. Ja, geht schon. Ich werde dich jetzt wieder aufbauen. Ja, der ist ja toll. Dann ist das eine Art Kürzer. Dann deinen Schwiege gab es ab. Dann ist das eine Art Kürzer. Ein Problem. Oder wir lassen dich auch hier. Ein Problem. Also ein Problem. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, genau. Und wenn's zum Rechtskommen... ...klappt das hier in der Glas? Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, bis jetzt geht's eigentlich. Nichts möglich. Da sind wir so wieder hier im Glas. Ja. Ja. Wir sind sehr gut dabei. Bevor dann die 2,5 Stunden... ...verzütteln. Genau. Wir sind sehr gut dabei. 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 Weil im Hintergrund sieht man jetzt die Südspitzen. Und da wollen wir hin. Mario, wie geht's? Perfekt. Wir sind sehr gut dabei. Bei mir. Weischt. Ich hab' mich an. Wiem. 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 Du willst es selber verletzen? Der Fels ist ein Name. Mützen soll ja nicht mehr laufen. Nein. Der Fels ist trotzdem glatt und er rutscht ja ein wenig. Wenn man halt trotzdem weiter, machen wir halt fast rein müssen. Na, kommt um Eglisch. Da hat man da hingeschränkt, dass ich mich gerade so fern. Ja. Ja, genau. Und hier. Die Leute wieder anfangen, die haben jetzt nicht ein blöden Topf. Keiner fährt. Was meinst du jetzt? Ich bin in den Wachstuhl, ich bin in den Wachstuhl, ich bin in den Wachstuhl. ich bin in den Wachstuhl, ich bin in den Wachstuhl. Ja. So wie wir, oder was? Ich bin in den Wachstuhl. Ich bin in den Wachstuhl. Ah, weh. Was hat der auch schon gemacht, oder was? was? naja, dann das war doch mal ein kleineser wir sind ja heute schon beim Montagwerk aufgemacht das hört sich ja wegen dem Schämen und sagt ja warum das sehe ich nicht, warum die jetzt fahren und die Österreicher das wäre dann leider Was? Ne, ob ich die Zeichen oder was? Da ist mir nur ein Rotenband für der Rotwessel. Ah. Was ist denn da? Was ist denn da? Hör, was ist denn da? Hör, ist das? Oh, meine slide. Hör, die Mutti. Oh, ich habe heute unter den Schmerl. Oh. Oh. Oh, ich habe heute mit der Schmerl. Oh, ich habe heute mit der Schmerl. Oh, wir haben einen Schmerl hier. Ja. Oh, ich habe es ein Verwasser auch nicht. Die Luft ist, ich weiß nicht. Ja, okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So wie Heuer die Jubiläumstupeer gemacht hat, Denten und Unterspeer... und es zu weiter geht noch mal ein Team und Reifen Schauen wir mal Wir sind jetzt 2.000 Höfstl, so als das ist am Wartmann sogar Genau Bleibereitkuchen So hast du mich an der Hand schon aufgetragen Ja Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber es war schon nicht ohne Es war schon nicht ohne, oder? Naja, es hat sich da einiges verändert, zum Positiven muss man sagen Konditionsmäßig bis dichter, weit besser schon Einweiten sagen wir mal Barsche Mh 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der denn inzwischen der jetzt sagen, dass das Fisch kalt so weit weg ist von der Ohren und von der Ohren gibt's das jetzt nicht mehr da Ah sehr klar Was halt da ist Aber angeblich die schwierigste Stellung nur bevor Ja da oben läuft das kleine Stiftung Ah also Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Was ist das? Isto. Was ist das? Isto. 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 Ich schaufe. Das war's für heute. Was? Das war aber hoffentlich jetzt nicht der Stütz. Im Video oder was? Ja, kommt gar irgendwas. Die Topo hat die Aufnahme für geil gemacht. Ja. Brennst du alle? Ja, sehr klar. Das ist mir nicht zu verdanken. Natürlich, weil es dann am Kölmonen war. Es sind zwei Meter bei einem Gräser. Es ist in einem Sturm drauf, zwei Meter helfen. Ja, sehr klar. Gut, ich darf nicht langen. Das ist mir klar. Ich würde eigentlich sagen, dass sie genauso angehen. Ja. Okay. Ja. 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 Die kleine Watzlinge hat so hochgedrückt. Okay. 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 So. Jetzt kann man den Berg runtergehen. Dann werden auch vielleicht schon ein Ort sein. Ich glaub, warte, wo sind die? Jetzt fängt der Klettersteig wieder an. Entweder sind wir da oder wir sind da schon. Okay. So. Und dann gehen. So. So. El sind es noch Mann. Gut gemacht. Sehr geil. Sehr geil, ja. Ganz geschafft. Trügel, was haben wir? 20 vor. Unglaublich. Ja was, bitte. Ja. Ich schätze gerne, ja. Hier ist es dabei, ne? Unglaublich. So. Machst du ein Video, das? Du probierst es? Ja genau. Das steht automatisch um. Okay. So, du hast nur. Ja genau, einmal drauf. Einmal auf dem Uge. Passt, jetzt geht's. Zeig mal drauf. Das war's. Ja genau. 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 Ja, das war jetzt nicht schlecht, das war eh geil, keine Frage, aber so dramatisch arg wie in dem Video war es einfach nicht, das ist ein Fakt. Weißt, wenn wir gefragt Watzmannüberschreitung, sage ich, ich traue es jedem zu, also wenn sie körperlich fit sind und man es kennt, aufpassen müsst ihr trotzdem, dürft ihr euch nicht unterschätzen. Ja, die anderen sind aber woanders gegangen, gell? Nein. Achso, passt. Nein, trotzdem, weißt du, es ist so. Man muss trotzdem 30er Spindelbreit, stimmt trotzdem auch. Ja, ein kleines Spindel, das letzte, wo du sagst, da geht trotzdem los, da kann ich nicht erhaken. Ja, wie gesagt, im Endeffekt hätten wir zwei jetzt auch einen Klettersteigseck geschafft, hast du eh gesehen. Im Nachhinein passt es eh, aber trotzdem. Ich muss, wenn es so etwas gibt, nutze es gern und nehme es in Anspruch, weißt du. Und ich renne jetzt so wie die Trotteln, oder da war einer hinter mir, und da so drehe ich mich um den Park, meine ich wirklich. Die Hand zieht und sei auch, gerade, dass ich die Hand noch rausgekriegt habe, so etwas regt mich auf, weißt du. Ich habe gelernt, mir das zuvieren, von Gipfel zu Gipfel, so war jetzt mein Gedanke heute zum Beispiel. Ich habe geschaut, okay, passt. Hochegg hat passt, gehen wir weiter, wann kommt der Punkt vielleicht, wo ich mich nicht mehr aussehe, vielleicht kommt wirklich so ein Grad, wo ich einfach so Angst kriege, weil ich nicht mehr weiter weiß. Ja, aber bis der Ziel gehe ich einfach, weißt du. Und wenn der Punkt gekommen ist, dann kann ich entscheiden, passt ich da um. Also das habe ich auch gelernt. So ist es einfach. Nein, aber ich bin trotzdem überzeugt, auf das können wir trotzdem heute stolz sein, es ist so. Nein, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist so schön gegangen, gell. Ja, aber für mich bin ich zufrieden, also dass es so schön gell und alles freut mich voll. Nein, aber wenn ich jetzt mein Studium betracht, oder alles andere, oder auch wie gell, was ich jetzt getan habe, oder andere Sachen lehnt, wenn du einfach für dein Geld ansprichst, dann kriegst du die Wertschätzung schon wieder halt zu, wenn du sagst, ja, weil ich weiß, dann überschreitend rübergegangen. Ich meine, wenn du im Nachhinein überlegst, ich geh mal hin und zu einem hier. Du machst dir eigentlich fast wie viel geleistet hast, weißt du? Genau. So ist es. 17.30 Uhr, wir haben es geschafft, leider geil. 15 Stunden, 5 Minuten, eine richtig geile Zeit auch. Die ganze Überschreitung in zwei Tage. Können wir stolz sein, glaube ich, oder? Perfekt, ja. Perfekt, wieder abpasst, wunderschöner Tag. Unglaublich. Du musst es machen. Nichts Cur ecosystem mit einem start-up. Find aus dem Mal. Ver involved ja halt. Du musst es noch nicht vorstellen. Arm Web fünfen. час, stayed. vielleicht unser pioneersch què 못 sogar sagen? Pardon? Ne yap faul mistress. Alt in der Zeit. … Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.